Du kannst der Mond sein und dennoch neidvoll auf die Sterne. Hüte dich vor der Eifersucht, dem grünäugigen Monster, das das Fleisch verhöhnt, von dem es sich nährt. Eifersucht. Eine Krankheit. Eifersucht dieser Drache, der alle Liebe tötet und in dem Vorwand sie am Lebenswald. Bist du so blind? Der Neidische stirbt nicht einmal. Es stirbt jedes Mal, wenn der Beneidete Applaus bekommt. Sie will dich. Sie will dich mir wegnehmen und du lässt uns ein Achtung!